Steffen, Otto, Maggie, Hakan und Thomas. Diese Woche zeigen die 5, was in der bayerischen Küche abgeht. Wirklich viel Show, wie das hier eingeschenkt wurde. Ja, viel Show um nichts. Das war keine Show. Statt Applaus gibt es Kritik. Ja, war ein klein wenig enttäuscht, muss ich schon sagen. Wenn ich das serviere, würde das 50% meiner Gäste definitiv zurückschicken. Das ist jetzt leider daneben gegangen. Die Soße ist keine Soße, das ist eine Pampe. Warum versuchst du nicht mal ein anderes Gas da aus? Das wäre dann mein Tipp für Sie. Ja, das muss man noch ein bisschen üben. Der Thomas Werder kann ja auch gut austeilen. Das ist halt so die Anfangsharmonie, was seit Mittwoch so ein bisschen verloren gegangen ist. In Schweigers Landgasthof von Steffen geht's los. Heute liegt die Lade richtig hoch. Viel Spaß beim Nachlegen. Nicht alles, was auf den Tellern landet, gefällt. Fisch und Parmesan bin ich persönlich nicht so. Das macht man nicht, das ist ein Logo. Landshut und Umgebung, schöne Natur, auch schöne Gerichte. Zum Starttischt Steffen gehobene gutbürgerliche Küche auf. Eine ähnliche Richtung verfolgt Otto am Dienstag in der Westerbergstuben, aber mit internationalem Einschlag. Mittwochs geht's zu Maggie ins Lamea, zu Seafood-Feinkost. Tags darauf zeigt Hakan im Rauchensteiner Internationale Fusionsküche. Und Finale ist bei Thomas in der Post Frontenhausen bei Bayerischer Küche. Und mehr. Sternekoch Ali Günger-Müsch begleitet uns als Maiks Urlaubsvertretung durch diese Woche. Ja, Premiere für mich bei Mein Lokal, Dein Lokal. Ich liebe diese Sendung. Und die Woche darf ich euch mitnehmen. Wir sind in Landshut und Umgebung. Und heute in Wartenberg bei hier, Schweigers Landgasthof. Das ist ein Traditionslokal, geführt vom Steffen. Und den Steffen möchte ich jetzt kennenlernen. 2016 hat der gelernte Hotelfachmann den über 150 Jahre alten Gasthof übernommen. Mein Name ist Steffen Seibert. Ich bin der Geschäftsführer hier im Schweigers Landgasthof. Wir haben neben dem Restaurant einmal ein Hotel dabei. Haben noch eine große Event-Occation und noch einen kleinen Veranstaltungsbereich. Und welche Gerichte bietet ihr euren Gästen und Besuchern im Restaurant an? Also wir haben nicht die klassische bayerische Küche, aber Küche mit bayerischen Einflüssen. Unser Konzept ist einmal die saisonale Küche. Also wir haben eine regelmäßig wechselnde Karte alle zwei Monate. Und versuchen da auch die regionalen Produkte ein bisschen mit einfließen zu lassen. Mein erster Eindruck und meine Erwartungen sind, ich möchte eine schöne, ehrliche Küche haben. Das ist ein Landgasthof und dementsprechend möchte ich auch die traditionell leckeren bayerischen Gerichte haben. Mit seiner besseren Hälfte Bettina leitet Steffen den Betrieb. Hier Steffen. Servus Ali. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß dich. Na, schön habt ihr es hier. Ja, danke. Schön. Das ist das Restaurant. Genau, das ist das Hauptrestaurant. So stelle ich mir einen Landgasthof vor. Eingedeckte Tische, alles sauber. Und das Haus gibt es aber schon sehr, sehr lange, glaube ich, oder? Das Gebäude hier gibt es seit 1869. Ja. Irgendwie gefällt es mir hier. Was war hier früher? War das ein Stahl oder was war hier drinnen? Das hier war der ehemalige Kuhstall. Kuhstall? Ja. Okay. Kann man sehen mit den ganzen Gewölben und so. Es gibt dem Ganzen nochmal so ein, was das Ambiente angeht, wirklich so ein geiles Gefühl. Ja, wenn du als Gast da sitzt. Und wie lange macht ihr schon? Wir haben es seit 8,5 Jahren. Und wart ihr vorher auch schon selbstständig? Habt ihr vorher auch schon Gastronomie gehabt? Ne, wir kommen aus der Kettenhotellerie. Kettenhotellerie? Ja. Und dann bist du aber nicht mehr Hotelier, sondern du bist ja auch gleichzeitig ein Gastronom. Also du hast ein Restaurant auch noch zu führen. Das ist schon, also musst du schon Mut haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, schön. Und was macht ihr für eine Küche? Traditionell bayerische Küche oder? Ne, wir haben eine saisonale Küche mit bayerischen Einschlägen. Und dann womöglich schauen wir, dass wir mit lokalen Produkten arbeiten. Die Küche interessiert mich jetzt. Ja, dann folgen wir. Die ist 20 Quadratmeter groß. In der Hochsaison arbeiten hier bis zu 25 Leute. So, Ali. Oh, hier wird fleißig schon gekocht. Kochen ist nicht so ganz meine Kernkompetenz. Deshalb übergebe ich dich an die Jungs, die es können. Einmal Martin, unser Küchensep. Und das ist einmal Thomas, einmal ein Brot-Tiefer. Alles dann. Hallo, sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß. Grüß dich, mein Lieber. Servus, Martin. Na? Servus, Pies. Was machst du denn das Schönes? Ich brate gerade unseren Speck an für die Strieze. Die es heute zu deinem Hauptgang geben wird. Was kriege ich denn überhaupt? Du bekommst heute unseren Zwiebelrostbraten. Zwiebelrostbraten. Mit Schmelz und Röstzwiebeln. Und dazu gibt es, wie gesagt, unsere Kartoffelstriezel. Das ist, wenn du es so willst, eine unpanierte Krokette. Da ist Speck. Und wie heißt das? Kartoffelstriezel. Und das ist ja bayerisch? Ja, das ist eigentlich schon bayerisch. Das habe ich im Prinzip von meinem Vorgänger übernommen und fand das so klasse, weil es halt einfach dieses Alleinstellungsmerkmal hat. Das macht halt keiner. Also ich kenne es ja auch nur unter Kroketten. Nicht als Kartoffelstriezel. Aber als Koch lernst du nie aus und das ist gut. Ich freue mich, ich freue mich. Das Wort Striezel bedeutet ursprünglich längliches Hefegebäck. Kann ich dir irgendwie helfen? Du möchtest, kannst du schon mal den Speck reinmachen? Ich hacke derweil ein bisschen die Petersilie. Stopp. Komplett rein. Kannst du komplett reinmachen, genau. Das ist ja das, was die Striezel so richtig lecker macht. Der schöne Rauchgeschmack von dem Becken. Wunderbar. Also du hast die Kartoffeln gekocht? Genau. Ich tue sie im Ofen dämpfen. Ist einfach, dass aus den Kartoffeln halt die Feuchtigkeit grundsätzlich heraus muss für eine Krokette. Theoretisch kannst du auch kochen und dann im Ofen ausdämpfen. Es geht ja darum, du musst sie ausdämpfen. Es geht um die Feuchtigkeit, damit die Masse am Ende ja kompakt ist und dass sie beim Frittieren nicht auseinanderfallen. Deswegen musst du sie ausdämpfen. Deswegen gibst du auch Ei dazu oder Eigelb dazu und Stärke. Ich habe eine Salz-Pfeffermischung einfach, macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Okay. Genau, wir brauchen ein bisschen Muskatnuss. Klasse. Ja, so Kartoffelgerichte, so Beilagen mit ein bisschen schön frisch gegebenden Muskat dazugeben ist mega. Ja, nicht zu viel verwenden davon. Du kannst immer so ein bisschen dosieren, dann schmeckt es super. Dann geben wir immer noch ein bisschen Stärke dazu, damit es einfach ein bisschen besser klebt dann das Ganze. Und jetzt kommt so ein bisschen mein kleiner Geheimtrick bei den Kartoffelsträtseln. Ja, genau, der kleine Geheimtrick, aber auch perfekt für zu Hause. Ich dämpfe meine Kartoffeln nicht aus. Ich habe hier ein Kartoffelpulver, das ist im Endeffekt aus Gefrierergetrocknet. Wie, du hast doch vorhin gesagt, du hast es ausgedämpft. Nein, das habe ich nicht ausgedämpft. Ich habe gesagt, ich habe sie im Ofen gedämpft, die Kartoffeln, damit sie keine Flüssigkeit mehr zusätzlich aufnehmen. So, und jetzt nehme ich im Prinzip die gefriergetrocknete Kartoffel, gebe die dazu. Und die bindet so viel Wasser, dass ich die Kartoffeln nicht ausdämpfen lassen muss. Naja, es gibt ja Kartoffelpulver dazu. Eigentlich kannst du auch Kartoffelpüree nehmen aus dem, ne, fertig. Ich würde mal sagen, das sind getürkte so ein bisschen. Ich darf das sagen. Dazu kommt pasteurisiertes Eigelb und das Kartoffelpulver nochmal obendrauf. Das muss eine leichte, leichte Klebrigkeit behalten, aber im Endeffekt darf es nicht zu trocken werden, weil ich die ja jetzt übers Brett rollen werde. Wir drehen die jetzt quasi ab, legen die auf ein Blech und frieren die ein, dass wir sie quasi wie eine Krokette einfach aus dem Frost rausnehmen können und dann gefroren frittieren können. Man kann sich auch das Ganze einfacher machen, indem man, ich denke mal, es gibt mittlerweile auch Kartoffelstürze, die man kaufen kann, wie Kroketten ja auch. Und die stehen hinter dem Produkt und die wollen das selber machen. Das ist so, das ist ja eine ehrliche Küche und ganz ehrlich, Handarbeit. Nur alles weitere übernimmt dann doch besser die Frittöse. So, Ali, hier haben wir unser Fleisch, was wir brauchen für den Zwiebelrostbraten. Das ist eine schöne Rinderlände. In Bayern sagt man Rinderlände dazu, ne. Rest von Deutschland sagt man eigentlich Rinderrücken. Hier, zeige ich euch mal ganz kurz. Machen wir schnell kurz eine Metzgerschule. Hier, das ist hier der Rücken. Dieser Bereich, ja, das ist hier Hochrippe, beziehungsweise in jetzt zum Beispiel im Restaurant, in der Grillrestaurant-Zeit. Und auf der Speisekarte steht Ribeye. Das ist hier meistens aus der Ecke. Und das hier ist die Lände. Eigentlich so nach dem Rinderfilet eigentlich das zarteste Stück. Reines Muskelfleisch hält das Tier im Prinzip im Stand. Und alles das, was ich jetzt vom Rind wegschneide, röste ich an. Und dann kommt das in unsere Schül. Schülklassig angesetzt mit Kalbsknochen. Ja, ist ja richtig so. So mache ich es auch. Schmeiß nichts weg. Abschnitte vom Fleisch kommen schön in die Soße rein. Es gibt Geschmack. Und man hat kein schlechtes Gewissen, dass man Fleisch weggeschmissen hat. Stück für Stück kommt so Alis Teller zustande. Bis schließlich... Wow, das ist schön. So, heiße Teller. Heißes Essen. Hoffentlich gutes Essen auf dem heißen Teller. Bin ich überzeugt von. Sieht gut aus. Kannst dir das schmecken? Ja, für den Landgasthof, optisch sieht das gut aus. Also ganz ehrlich. Aber Aussehen ist das eine. Das muss aber am Ende schmecken. Die Stritzel, die hast du wirklich sehr gut. Gleichmäßig sind sie knusprig oder beziehungsweise goldgelb gebacken. Und innen ist sicherlich schön weich und saftig. So viel zu der ersten Beilage. Jetzt schneide ich mal das Fleisch mal durch. Wow, schaut euch mal, das ist ja perfekt gebraten. Besser würde ich es auch nicht hinkriegen. Gutes, solides Handwerk. Danke schön. Wirklich. Ein altes, klassisches Gericht. So trotzdem ein bisschen neu interpretiert. Du bist ja trotzdem oder ist ja trotzdem in der Tradition geblieben. Und das ist gut. Und das musst du auch hier auf dem Land machen. Ja. Die Zwiebeln ist schön geschmort. Fleisch ist butterzart. Muss ich schon sagen. Ja, also das ist auch das, was ich immer sehr schätze. Vielleicht, dass es einen sehr kernigen Geschmack hat. Gut gewürzt. Die Soße ist kräftig. Die Stritzel, habe ich ja gesagt, wunderbar saftig. Zwiebeln schön gebacken, passt auch alle sehr gut zusammen. Salat sieht auch gut aus. Karotte, Kräuter, Kresse. Das ist für mich ein super gemischter Salat. Und harmoniert auch sehr gut hier mit dem Zwiebelnbraten. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Gerne. Ich würde gucken, dass die Soße, weil schau, siehst du, das klebt so ein bisschen hier am Tellerrand. Lass sie noch ein bisschen in ihrer Natürlichkeit. Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Soße, die Geschmack, sehr gut war. Aber was die Bindung angeht, ein bisschen zu stark gebunden war. Also wenn sie dann zum Beispiel Speisestärke benutzen, ein bisschen weniger davon verwenden. Ein Tipp von mir, wenn du sagst, ich brauche aber da ein bisschen mehr Bindung. Dann nimm eine mehlige Kartoffel und tue die schön mit einer Vierkantreibe reinreiben und lass sie auskochen. Und das bindet auch. Okay. Und wenn ihr sagt, wir gehen so in den Wettbewerb, dann viel Spaß damit. Super. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall erst mal ausprobieren. In einer kleineren Menge. Ich meine, ich habe eh jetzt meine Soße hier, meinen Ansatz auf dem Herd stehen. Und werde die heute noch fertig machen. Und dann probiere ich das aus und wäre für mich entscheidend, ob das gut ist oder nicht. Und wie lautet das Fazit des Kochprofis? So, ja mega in die neue Woche gestartet bei Mein Lokal, Dein Lokal. Es war herrlich. Ein toller Küchechef, der seinen Job wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Ein super Gastronom, der stolz auf seine Köche ist und vor allem auf seine Küche. Das Essen war lecker. Ich habe ein paar Tipps da gelassen. Das sind so kleine Manöverkritik. Können Sie annehmen oder müssen Sie aber nicht. Letztendlich müssen die von Ihrem Gericht überzeugt sein bzw. dahinter stehen. Also, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter.